Herzlich willkommen, liebe Absolventinnen und Absolventen des Bankkolleg. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Markus Pizikiewicz. Ich bin Professor für Finance und Accounting an der ORAFA und zudem Präsident der Hochschule. Meinen beruflichen Werdegang habe ich mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann in einer Raiffeisenbank in Schleswig-Holstein begonnen. Vielleicht ganz ähnlich wie Sie. Diese Zeit hat mir wirklich wertvolle Einblicke verschafft. Nach meiner Ausbildung stand ich, wahrscheinlich wie Sie heute auch, vor der Frage, wie soll es weitergehen? Und ich hatte mich für ein BWL-Studium mit Finance-Schwerpunkt entschieden. Schon während meines Studiums und auch im Anschluss parallel zu vielen weiteren Tätigkeiten habe ich viele Bankkaufleute, Fach- und Betriebswirte beim Genossenschaftsverband fortgebildet. Von Kundenberatungslehrgängen über Azubi-Seminare zu Fachseminaren, so war ich über 15 Jahre lang als Dozent für das Bankkolleg tätig und kenne Ihre Herausforderungen daher sehr gut. Die Herausforderung, die Sie bereits erfolgreich beim Bankkolleg gemeistert haben, wird so auch an der ORAFA ähnlich sein. Berufsbegleitend studieren. Der Spagat zwischen Familie, Beruf, Freunden und Hobbys ist eine große Aufgabenstellung, der man sich täglich neu stellen darf. Sie haben bereits bewiesen, dass Sie in der Lage sind, sich berufsbegleitend weiterzubilden. Ich möchte Sie heute ermutigen, den nächsten Schritt in Ihre Karriere zu gehen, indem Sie sich für einen Bachelor an der ORAFA entscheiden. Die ORAFA bietet Ihnen ein Fernstudium, das genau auf die Bedürfnisse berufstätiger Studierender zugeschnitten ist. Sie erhalten Fernstudiummaterialien in der Regel in gedruckter Form von uns zugesendet und natürlich auch digital über unseren Online-Campus. Unterstützt werden Sie dabei durch Videos, interaktive Web-based Trainings, digitale Lernkarten und kompakte Seminare, die in der Regel virtuell durchgeführt werden. So bereiten wir Sie optimal auf die Prüfung vor. Ihre Klausuren absolvieren Sie entweder in einem unserer zehn Prüfungszentren oder online ganz bequem von zu Hause aus. Wenn Sie mögen, können Sie auf diese Weise zu 100% online studieren. Übrigens, Vorleistungen aus Ihrem Bankfachwärts- oder Bankbetriebswärtsstudium werden auf die Studienleistungen des Bachelorstudiengangs angerechnet. Das reduziert Ihre Studiendauer und senkt Ihre Studiengebühren erheblich. Bis zu 50% zeitliche und finanzielle Ersparnisse sind so möglich. Sie haben mit dem Bankkolleg also ein wirklich gutes Erststudium hinter sich. Das Studium an der Eurofahr ist ein echter Gamechanger für Ihre berufliche Laufbahn, insbesondere wenn Sie eine Veränderung im Bankwesen anstreben. Dies beinhaltet nicht nur den Aufstieg innerhalb der Bank, sondern auch die Möglichkeit, in völlig neue Bereiche innerhalb und außerhalb der Bankbranche zu wechseln. Sei es in den Bereichen Social Media, Coaching oder Personalmanagement. Ich würde mich sehr freuen, Sie an der Eurofahr begrüßen und auf Ihrem weiteren Bildungsweg begleiten zu dürfen. Herzliche Grüße, Ihr Markus Bisikiewicz.